Grüß dich! Es gibt so viel Kontrast, so viel zwischen der Einstellung von Jesu in dem Evangelium und dem von seinem Verfolger. Die Verfolger, die in ihm eine Gefahr sehen für die Werte, die für so viele von Bedeutung sind wie eine Unabhängigkeit der Nation von Römer, für das jüdische Volk, für seine Integrität. Sie sehen, dass tatsächlich diese Gefahr kommt von Jesu und sie möchten im Namen von diesen Werten ihn einfach beseitigen. Es ist nicht einfach eine Rache, es ist nicht einfach, dass seine Emotionen verletzt sind. Sie fühlen sich so bedroht von ihm und von dem, was er mit sich bringt. Und die möchten etwas, für die wichtig ist und für das Volk von Bedeutung sein kann, einfach retten. Und so oft ist es auch bei uns heutzutage, dass wir die gleiche Logik verwenden. Wenn wir denken, okay, die bedrohen Frieden, deswegen am besten irgendwie beiseite zu schieben. Oder sie sind eine Gefahr für uns als Menschen, weil die bestimmte Ideen repräsentieren, die gegen unsere Werte sich ausrichten. Und dann haben wir dieses Gefühl, das irgendwie zu beseitigen. Vielleicht denken wir nicht gleich an Ermorden. Vielleicht könnten uns aber die Gedanken von dem einfach auslöschen. Also können uns im Kopf kommen. Ja, und Jesus zeigt uns eine ganz andere Logik. Er zeigt uns etwas komplett anders. Und das gibt mir extreme Hoffnung für die heutige Welt und auch die Hoffnung für mich selber. Er benutzt ein Bild, das so hoffnungslos wirkt. Eine Kerze mit einem Knoten, das einfach kein Licht mehr gibt. Weil diese Knoten so klein ist und dieses Licht einfach fast erlöscht. Dann ist es doch ein, dann ist das so wie ein Gnadenstoß, die einfach zu erlöschen. Die einfach, ja, wie, warum nicht? Oder einfach dieses andere Bild, dass es gibt eine Pflanze, die teilweise gebrochen ist. Naja, dann wird nichts mehr Gutes von dieser Pflanze. Dann können wir die gleich umknicken, wird es nichts mehr mit dieser passieren. Also das Evangelium zeigt uns durch diese Bilder eine hoffnungslose Situation und die Einstellung von Jesus. Nein, ich habe immer Hoffnung auf dich, Mensch, auf dich, der mich zuhört, auf mich, der dir jetzt diese Wörter aussagt und von diesen Worten Hoffnung schüttet. Und für die ganze Welt, das ist eine komplett andere Einstellung, die immer und wieder für uns eine Herausforderung sein wird. Weil für uns Menschen so oft eine andere Logik dominiert. Also etwas, was uns Gefahr bringt, einfach beiseite schieben. Und Jesu nicht. Jesu hat die Hoffnung bis zur Ende. Und er möchte, dass wir diese Hoffnung auch haben werden. Und das gibt mir eine große Hoffnung für die Welt, für mich. Teile mit mir, was du darüber denkst. Danke. Danke. Danke.